Glück ist eigentlich eine psychische Störung, weil Menschen in diesem Hochzustand eher unter Selbstüberschätzung und Realitätsverlust leiden. Hat sie gesagt, Glück ist eine psychische Störung? Sie hat im Interview zitiert und zwar zitiert sie den Psychologen Richard Bentle, 1992 hat er das gesagt. Glück ist eigentlich eine psychische Störung. Kannst du mitgehen? Noch nicht. Er sagte eigentlich, Glück ist nicht ein Normalzustand, sondern der Normalzustand wäre eigentlich das Nichtglück. Weil sich beim Glückszustand, vielleicht ähnlich wie bei der Verliebtheit, eher dann Endorphinausschüttung, was auch immer, sind wir gar nicht so sehr zurechnungsfähig, wenn wir glücklich sind. Ein bisschen im Rausch oder wie? Genau. Und das ist eigentlich wie ein Peak. Wir können auch nicht nur immer im Peak leben. Ein orgasmisches Leben wäre ja zum Beispiel wahnsinnig anstrengend. Ja. 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 Vielen Dank.